Mir ist es wichtig, dass wir an den Themen, die wir erreicht haben, eben die Abschaffung der Studiengebühren und den Meisterbonus dort festhalten. Dass wir die Kostenfreiheit im Kindergarten ausweiten können. Dass wir in dem Thema G8, G9, das wir glaube ich sehr gut besetzt haben, dass wir da einen Schritt weiter kommen und diese Wahlfreiheit in Bayern einführen können. Dass wir um jede wohnortnahe Schule werben müssen und unsere ganze Kraft dorthin legen, dass wir diese wohnortnahen Schulen erhalten. Und dass wir die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlich sehr stabil für Bayern sind, dass wir die erhalten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das sind Themen, die mich antreiben und für die ich mich auch in den nächsten fünf Jahren gerne für die Freien Wälder einsetzen möchte.